Ich mag das Spiel Vor allem mag ich die Hake, die wir uns gleich wieder kaufen müssen Ach und wenn du Schafe anrackst, dann renne ich von dir weg Hörst du? Wow, Notch hat ja mal richtig gute Arbeit geleistet Ja Diese Hustenanfälle heutzutage sind echt schlimm, oder? Ja So eine ganz Deutschland-Husten-Epidemie Naja Oh mein Gott Auf dem Start kann man eh pfeifen, da kann eh nichts Nicht wahr? Hm Wie hat das eigentlich schon aufbekommen bei Legend of Dragoon? Äh... Das war zwei Wow Warum? Na so Ich fand sowieso cool Ein Vulkan-Schlag macht gleich mal einen Schaden mehr als der Doppel-Heb Ja Sprecher würde das sagen, ja Zwei Schaden? Ja Ja Müssen wir das mal vorstellen Oh super, ich hab ne ultra lange Mega-Kombo, die genau einen Schaden mehr hat als die total einfache Kombo Und der erste große Schroooooom Nein, Ballon! Ballon da oben, da oben! Shit, 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 shit Oh, oh, oh Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell Ganz schnell, ganz schnell Ich hab schon ein ganz fettes Problem Boah, schnelle ihr scheiß Pilze! Friss das, Bitch! Pop! Der abgeht Das ist ein so miese Gesell, ne, ist der Hammer Können seine Nageln durch Feuer entzündet werden? Ich bin mir gerade unsicher, das hab ich noch nie probiert Man könnte es ja mal testen, einfach nur für den kleinen Andrew Ja Obwohl, äh Oh Du musst nicht drauf Nö, das ist mir irgendwie scheißegal Oh Gott, oh Gott, oh Gott I'm scared Los, scaredy shroom Nein, nein, nein Ich wusste es! Diese dreckigen Angsthasen Leck mich doch Ja, natürlich kommt jetzt eine Huge Wave of Zombies Jetzt hast du ein Problem So, scheiße, wo ist der? Oh, 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 wo ist der? 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 Shit, 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 wo ist der? Andrew, wenn du ihn siehst, dann sag mir bloß Bescheid, Alter Äh Da unten! Friss das! Bitch! Ich weiß nicht, dass ich das erkennen würde Na schon Mann! Gut, machen wir es halt anders Fickt euch doch alle hier So Kleeblatt! Und das ist... Jetzt muss man aufpassen, das Kleeblatt vertreibt für ne Zeit den ganzen Nebel und weht Luftballon-Zombies weg Und es kostet weniger als diese Bitch da oben Boah Das muss ich dir mal geben Voll geil das Ding Außerdem sieht ziemlich aus Das was der Hammer ist an dem Teil Ja Pass mal auf Pass mal auf Das Kleeblatt Den Blower Bluff Bluff Den hier und ähm Du Und mir sind die Runden jetzt viel zu kurz Ich hab keine Zeit um was richtiges aufzubauen Voll schlimm Das macht mich total traurig Oh Achja, das Endbonus-Game hier ist richtig hart Achja Das ist echt hart Warum? Du siehst du dann, du bist ja die Welt noch da Die letzte Welt mach ich dann mit unserem Soul-Stylerchen Okay Gut Du kannst dir dann einen Nachden ansehen Jo Und übernachdenke Ich hab jetzt für jede Welt knapp ne Stunde gebraucht Das ist irgendwie gar nicht mal so viel Findest du mich auch, Andrew? Hm Du müsst wissen, der zockt nebenbei Minecraft, oder? Ja Ich nomse gerade ein Steak Das war ja sowieso mal klar bei dir Typisch, Andrew, immer nomnommen So Nein, wir wollen ihn nicht kritisieren, Leute, oder so Nein Wir doch nicht, also Eieieieieieieiei Was denn? Ich werde gerade infiltriert Aber... Ja Infiltriert Dein Haushalt von Zombies ist überrannt Überrannt? Ja Heilig Heilig Ich frage mich was passiert Jetzt kommt's Ich frag ihn, was man sieht, wenn man nie solche Mikai miteinander mischt. BUUUM! Das hättest du so gerne. Ganz Minecraft ist kaputt wegen Edgew. Nicht schon wieder, ne? Shit, 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 shit. Mach den kaputt! Diesen hässlichen alten. Mach den kaputt, hab ich gesagt. Danke. Wunderbar. Wunderbar. Echt? Warum nicht? Andrew ist ein böser, böser Mann. Ihr scheiß Dreckspilz, jetzt mach mal was anständig hier. Oh, hier werde ich gefeuert. Das ist mal nicht wörtlich. Oh, es gibt ein, ein neues Achievement. Ein ganzes Shell noch vor. Woah, was werden das? Sniper-Duel. Fail? Wir müssen Minecraft zielen. Pixel um Pixel, Pixel um Pixel. Oder was? Ja, so ähnlich. So, dann haben wir wieder ein paar große Pilze. Das sind natürlich sehr schön, Leute. Wie man so ganz sicher zustimmen wird. Ja, das finde ich sehr anregend oder was? Anregend. Perverser, du. Ach. Ach. Anregend, nicht erregend. Ja, ja. Das haben sie auch. Wow. Was hier da fickst du? Oh, da kommt die erste große Welle. Das gefällt mir nicht. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Vor allem, wenn bald der Buddler-Zongie kommt. So, wir sparen jetzt erstmal kurz für einen Blower. Blower. Zieh dir das vielmal rein. Blower. Ja. Oh Gott. Voll cool das Spiel. Ja, ist es weg? Ja, es geht nur einmal leider. Es ist so einmaliger Use, aber es ist halt ziemlich praktisch. Es stirbt nicht. Achtung. Tschüss. So viel drin jetzt einfach. Der ist weg. Den sehen wir nicht mehr. Kann ich dir versprechen. Bleibt der Nebel jetzt auch weg? Nur für eine Zeit, aber gar nicht mal so unlange. 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 Wow. Meine Sprache ist... Ich kann nicht mal so unlange. Meine Sprache ist unglaublich. Da, da kommt er wieder. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Ja, ich sehe es. Ich habe ja morgen schon wieder einen Blower. Mh. Mann, ich will keinen Sundschuh ruhen. Hallo, wie viel kommt denn von euch Spasten? Tschüss. Zum Glück reckt sich das Blower ziemlich schnell. Oh Gott, oh Gott. Nein, er ist da durch. Ja klar, natürlich gehen die alle in Deckung, diese scheiß Viecher. Ach, fick dich. Das war es mir jetzt wert. Oh shit, oh shit, oh shit. Los, 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 los. Adieu. Ah, ha, 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 ha. Sie sind auch okay. Das ist nie gut. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so gut. Super. Endlich jemand, der mich versteht. Wollte ich gerade sagen. Nichts. Wir haben fast schon eine relativ konstante Verteidigung aufgebaut. Boah. Das sieht ja krass aus. Jupp. So. Ich mag das Blower-Teil trotzdem. Auch wenn es nur einmaliger Use ist. Ich finde es irgendwie komisch, dass es einfach verschwindet. Wie sich wenigstens eine Animation hier überlegen kann. Dass es davon schwebt oder was? Ja. Das wäre cool. Ja, das wäre echt epic. Aber es ist leider nicht so. Tja, man kann halt nicht über alles fahren. Genau. Fail. Wie ich rausgeklickt, habe ich ekelhafter. Was denn? Ja, fail halt. Du. Dich dissen. Du hast wohl eine Bildstörung. Ich habe eine Bildstörung? Ja, aber ganz fette, du. Ich weiß nicht, was du willst. Mir nicht. Was mache ich denn da eigentlich, Mann? Fails. Aber du. Ich kann gar nicht fail. Du bist es. Ey. Du bist ein konstanter Fail. So, gleich ist wieder Runde 5. Und das heißt, wieder irgendein Kack-Minispiel. Ah, ich weiß auch welches. Ach, nee. Das, was ich eigentlich nicht so... Wir haben einen magischen Taco erhalten. Ja, ein Taco. Ja. Du darfst lesen. Du hast mein magischen Taco. Ich muss es haben. Ich gebe dir 1000 Dollar. Ja, das Taco ist mir. Warum ich so viel Geld für ein Taco gebe? Weil ich so verrückt bin. Du bist so krass. Neun Slots. 20.000. Ja, Hake möchte ich bitte haben. Und diese Gatling-Doppel und so'n Scheiß. Und dann Fumeshrooms und die Lillipads. Die müsste mein Ex- Oh mein Gott, das sind Katzenköpfe. Das ist eine Katze, ja. Oh mein Gott. Was ist die Kaufe? Kat-Tales kann attack any lane and take down Balloon-Zombies. Kostet aber auch viel Sonne, möchte ich meinen. Und kostet auch viel Geld. Next Level. Es ist mir egal. Musst du haben. Nein. Ah ja. What the fuck ist das denn? Du hast vorlesen. Ich und mein Freund Harvey, Flexcaster, haben wir verbreiten, wenn wir gebraten. Na, Harvey ist aus der Stadt. Also kommst du mit mir, Harvey Nummer 2. Breck es, wie du mich möchtest, Harvey. Ich zerstören die und da ist immer random was drin. Entweder Zombies oder Pflanzen. Lacker. Du siehst es zur Hölle. Ja, voll im Bär sind wir hier. Das ist voll der scheiß Lacker. Natürlich bin ich ein Lacker. Jetzt kommen die ganzen Zombies. Nein. Ja. Ich kann nur so viel Glück haben. Das ist der Anfang. Das wird später noch schwerer. Oh nein, hat sie gefressen. Ich werde verlieren. Das ist das. Das war auch noch. Okay. Much. Und in den Blättern sind natürlich nur Pflanzen drin, ist klar. FAIL! Oh shit. Ich brauch so'n... Oh shit, oh shit. Und was hab ich gebraucht? Oh shit, oh shit. Shit on it, man! Von wegen Ultra-Fail. Gibt ja gleich nen Ultra-Fail, was ist da drin? So, perfekt. Win! Siehste mal, von wegen Ultra-Fail. Matsch. Alright! Well, this should be the last one.